Jetzt muss ich halt auch noch den Chung-Story 29 drehen. Ich habe schon gesagt, die Diskussion war gestern so heftig und so. Und es ist ja so, dass man halt auf Dauer, dass du halt auch, dass du auch gut im Chungisch in Deutschland sind die Leute etwas merkwürdig und jeder denkt, der hat den Stein, der weiß an der Tasche. Aber dass man halt, aber viele, die mit denen trainieren, im Chung-Dojo, wo ich jetzt bin, da gibt es auch einige, die denken, das sind schon eigenartig und klugscheißer, muss man sagen. Aber da gibt es auch viele mit dem, in dem Dojo, wo ich jetzt trainiere, wo ich als Mensch zu schätzen weiß. Wo ich auch als Freunde sehe oder als gute Bekannte sehe und mit denen gerne trainieren, weil du kannst das einfach noch trainieren. Denn Sifu habe ich so hochgekommen und so zwischendurch zum Schätzen gewusst. Und dann als großer Bruder gesehen und schon als Freund gesehen, weil man sich auch, weil das auch so als Persönliche geht. Ins Interne, man trainiert zusammen. Er bereitet mir Prüfungen vor. Ich war immer besser. Und wenn ich Angst hatte, hat der mir auch mal irgendwo Mut zugespo, was eigentlich für seinen Unterricht natürlich spricht, von ihm als Mensch. Und, und, und das kannst du auch nicht trainieren. Zum Beispiel so Thai-Kneipe. Egal wo das sind, da gibt es auch einige thailändische Kneipe bei uns in der Umgebung. Die verdienen auch mit ihrer Thai-Kneipe oder ihr Geld. Oder mit ihrem Thai-Restaurant. Ihr Geld. Aber du gehst auch nicht nach, nur wegen Getränk. Du gehst nach, weil die Thailänder halt so eine offene, herzhafte Kultur haben. Die seht ihren Kunden auch als Freunde an und verbindet das. Und dann sitzt du im Freundeskreis. Und wenn du nicht nach kannst, sagst du, schade, ich war so lange nicht da. Ich muss wieder nach. Ich muss mein Freundeskreis sein. Und dann kommt auch vielleicht so eine thailändische Frau, egal, sei es in Köppingen oder sonst wo, und stellt ein Getränk auf den Tisch und sagt, ja, lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir so. Und dann lässt du auch gern dein Geld legen und so. Und dann, ähm, jetzt der Sifu da auch gesagt, das sind ja meine Freunde und so. Wieso muss man das eigentlich immer so trennen? Äh, so, damit verdienen Geld und das andere ist wieder was anderes. Und das ist was anderes. Man muss ja nicht alles in so ein Schuhlader ein Fach reinstecken. Und das war ja wegen, ähm, ja, weil das, äh, wie ein Schuhlernen ist nicht, wie ein Schuhkauf immer laden. Also, dass der Schuhverkäufer nicht mein Freund wird, ist ja klar. Aber mit dem Schwung ist ja was anderes. Man tut ja sehr viel private Zeit miteinander verbringen. Und dann, äh, und tut er sich, und der Wurter was beigebracht. Und, ähm, da hab ich auch gedacht, also, wenn der um den Schuh unterrichtet, der ist nur am Geld interessiert, ja. Das am Geld interessiert, das ist in Ordnung, ja. Aber er tut ja auch lange Traditionen vermitteln, Werte vermitteln, ja. Keine alte Kampftechnik vermitteln. Das ist ja, Wingschung ist ja auch ein Welterbgut, ja. Wie andere Kampfstille auch. Und da ist das halt nicht nur Geldverdiener, sondern dass man halt auch, äh, auch eine gute Gruppe hat. Und, 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 und das das auch Lebensgefühl ist. Und dass man halt auch Lebensgefühl, Freundschaft und Geldverdiener da miteinander verbindet. Dass er nur sagt, ja, dass eigentlich nur ein Geld interessiert ist, äh, ähm, äh, seht mir, dass halt, äh, in Deutschland fast El-Ewin-Jung-Verbände nur Geldmarchées sind. hat in meinen Augen ein bisschen unsympathisch gemacht ja ja also da hat er gesagt beim Schluss da ist die Frage eh schon weg gewesen gute Strategie das zum Schluss gesagt hat ich den über WhatsApp so viel schicken und ich soll halt nur wenn ich geschäftlich was will dem was schicken muss ich sagen also um sechs sechs Jahre und das innerhalb von einer Woche fand ich jetzt nicht viel da war es ein bisschen mehr oder weniger weiß ich nicht aber es war definitiv viel und er ist halt Deutscher der in Russland geboren ist und habe auch so russische Musik geschickt oder auch deutsche Musik oder Deutsche und Russen oder zusammen singen und ich weiß also halt Deutsche ist dass in Russland geboren ist und dass es da halt deutsche Ortschaften gibt das habe ich auch gesagt dass ich das so weiß und ich habe denen etwas zu schätzen so weil viele Deutsche die in Russland geboren sind die kommen nach Deutschland zurück und dann sagen die anderen Deutschen bist du kein Deutscher bist du Russe dann bist du kein Russe sein sondern halt Deutsche wie halt Ausländer bei uns in Deutschland geboren wurde halt auch Deutsche in andere Länder geboren in Brasilien gibt es Deutsche Orte und in China gibt es Deutsche Orte und in Russland gibt es Deutsche Orte und da wurde halt auch Deutsche geboren und ich kenne sogar einen Deutschen der in Hongkong geboren ist weil dem seine Eltern waren richtige Geschäftsleute und so und dann ist er auch in Hongkong geboren ist auch in Deutschland aufgewachsen weil es auch ein Deutscher der in Deutschland geboren ist und wo ich klein war mit drei dann sind sie nach Amerika und ist er da aufgewachsen also in Amerika wurde auch Deutsche geboren also die andere Deutsche also die andere Deutsche jetzt werden wir verspätzt die andere Deutsche die in Russland geboren sind die freut sich dass ich das weiß ne und ich hab denkt der freut sich und ich gebe einem Lebenskraft wenn ich dem das schicke aber er hat nur gesagt ich soll dem nur was über WhatsApp schicken wenn ich einem am Einzeltraining interessiert bin also er war da wieder nur um Geld interessiert ja fand ich schade und mir ist halt schon der große April von der Fresh geschlagen worden und da sie halt auch den Sifu und andere nicht mehr in Rosa sehen sondern halt einfach also ich sehe immer nur die positive Seite aber ich sehe halt auch die dunkle Seite und ja also erklären kann es immer noch gut zu Wing Chun das muss ich sagen er kann perfekt zu Wing Chun theoretisch sagen gehört zu Europas Beste aber wie schon gesagt das ist eine Vermutung um richtig festzustellen ob er zu Europas Beste Wing Chun gehört dann müsste er offensichtlich Wing Chun Wettkämpfe geben dann müsste er sich mit Reimers messen müsste er sich mit Hendry Müller messen müsste er sich mit Emil Potzebel sich messen müsste er sich mit dem Kernspecht messen müsste er sich mit dem Teich Sifu messen und wenn er beim ersten oder zweiten oder dritten Platz dann stand der 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 sagt okay das ist jetzt Praxiserwiesen er gehört zu einem von Europas Beste natürlich müssen sich die anderen Länder sich da auch mit einbauen in solche Vollkontaktkämpfe aber wie schon gesagt es ist eine theoretische Äußerung von seiner Bewegung von der kann es auch ganz anders sein von der kann es auch ganz anders sein bei Theorie ist ja Theorie und kann der Praxis anders sein von der würde das mal so formulieren dass er mit Bruce Lee charakterlich Gemeinsamkeit er hat den jetzt bestreitet weil der Bruce Lee hat dann auch mit seinem Kung Fu Geld verdient aber er hat halt seine Schüler als Freunde gesehen und hat auch wirklich Spaß gehabt mit denen hart zu trainieren und wenn es irgendwelche Privataufnahmen von Bruce Lee gibt gibt es ja auch ein schwarz weiß in den USA mit Bob Wall und so wenn er mit denen trainiert hat dann hat es eigentlich sehr nach Fun aus gesehen obwohl die hart trainiert haben und dann ist Geldverdiener und Freundschaft ist beim Bruce Lee 1 in 1 gegenüber gegangen weil es ist auch schon intim Kampfkunst zu vermitteln also es ist auch sehr persönlich und du kannst doch nicht ausschließen dass du mit Schüler auch Freundschaft erschließt und es ist auch eine bessere Lebensqualität wenn es so ist wenn du aber nur ans Geldverdiener denkst dann ja ist halt dann Verbeute sein dann nicht so nice wenn du zum Beispiel irgendwann der Richtfahre auch